Moin Leute, was geht ab? Zu dem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hatte ja schon mal so ein Video hochgeladen und es ist relativ bei euch sehr gut angekommen und heute zeige ich euch mal wie ihr auf eure Nintendo Switch Spiele löschen könnt. Ihr müsst zuerst dieses Spiel auswählen Leute. Ich nehme jetzt hier Beispiel Fortnite. Den müssen wir hier auf den Kreuz drauf tippen Leute. Genau hier Leute. Ja Leute, ich mache das jetzt erstmal hier mit dem Pro Controller. Mit dem Pro Controller ist das genauso gleich Leute. Und dann müssen wir hier. So Leute, und dann müsst ihr hier auf Software löschen Leute. Und jetzt kriegt man hier noch eine Meldung und dann kann man hier das Spiel löschen, aber ich mache es jetzt nicht. Ja Leute, und das war es auch wieder mit diesem Video untertreiben und ciao.